Was macht man eigentlich bei einer Biopsie? Ich möchte Ihnen das mal zeigen. Das ist ein 1 cm großer Tumor, das ist 2 mm Kanüle. Man sticht da so rein. Und man holt sich so ein Teil raus. Und dann, ich will Ihnen alles hier versappern. Nur, dass Sie mal sehen, dann zappert es da raus und es sind Millionen von Zellen, die da rauswappern. Weil ein Kubikzentimeter Tumor hat mehr als eine Milliarde Zellen. Und jedes Mal, wenn Sie da reinstechen, gehen ein paar wenige Millionen raus. Der Professor unterrichtet aber, dass schon eine einzige verstreute Krebszelle einen neuen Tumor macht. Und jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, wie das bei uns armen Männern ist, wenn man eine Biopsie macht in der Prostata. Das Erste, was man macht, man sticht hier durch den Dickdarm. Volle Pulle geht man da rein. Durch den Dickdarm durch. Mit einer Nadel. Dann nimmt man diese Nadel und sticht nicht einmal rein, wie in der Brust bei einer Frau. Nein, man sticht einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölfmal. Sticht man in die Prostata eines Mannes hinein. Und ich frage mich, ich weiß manchmal nicht, wer verrückter ist. Sind es die Patienten, die glauben, dass da keine Krebszellen rausgehen, oder sind es die Professorin, die so einen Nonsens unterrichten? Wenn Sie heute Abend etwas mitnehmen, dann nehmen Sie eins mit, lassen Sie sich bitte niemals mit einer Kanüle in einen Tumor hineinstechen. Entweder Sie lassen das Ding rausoperieren, oder Sie schauen es in einer PET-Untersuchung an. Aber um Gottes Willen, man sticht doch nicht in einen Tumor hinein. Deutsche Krebsforschungszentrum oder die Bayerische Gesellschaft, die sagen immer, Biopsinen scheinen kein Risiko darzustellen. Und die Gesellschaft sagt hier, viele Studien konnten diese pauschale Annahme jedoch widerlegen, dass das zu Metastasen führt, oder zu Zweitumoren. Ich habe die Bayerische Krebsgesellschaft gefragt, habe nie eine Antwort bekommen. Aber wissen Sie, was ich gemacht habe? Manchmal denke ich, ich bin der einzigste Mensch, der sich mit Google auskennt. Weil man muss einfach mal da hinsitzen und mal zwei, drei Worte eingeben. Und Google ist so ein tolles Instrument und zeigt einem dann alle diese Studien. Schauen Sie mal, was ich an einem Tag gefunden habe. Ich habe an einem Tag all diese Studien hier gefunden, die zeigen, dass Biopsien vermehrt zur Metastasierung bzw. Zweitumoren dienen. Und ich könnte noch mehr Ihnen hier sogar zeigen. Also wenn man da heute hergeht und irgendetwas anderes behauptet, dann behaupten das nur Menschen, die einfach nicht googeln können. Weil die müssen sich nur einfach, so wie ich das auch mache, hinsetzen und es einfach mal im Internet googeln. Und dann findet man all diese Studien. Und es gibt sicherlich mehr. Ich habe hier nur 50, damit es nicht so langweilig ist für Sie. Dann tut man immer so, wie wenn die Pathologen so unglaubliche Wissenschaftler wären. Wir haben permanent Probleme mit Pathologen weltweit. 97 hat ein Professor in Chemnitz damals, der hat sich dann in die Luft gesprengt mit seinem Labor, als der Staatsanwalt da war. Der hat einfach alle Frauen, die da zur Untersuchung das Material geschoben haben, gesagt, die haben alle Brustkrebs. Und tausende von Frauen wurden einfach behandelt. Das gleiche haben wir dieses Jahr gehabt. In Saarland. Schauen Sie mal hier. 85 Kliniken. Da war so ein verrückter Pathologe. Der hat einfach alle Frauen gesagt, die haben Krebs, wo man ihm irgendein Material hingeschickt hat. Und noch weiter, wenn man mal hinschaut, wie sicher sind eigentlich diese Krebsdiagnosen. Die Pathologen, die haben ein Lieblingswort. Das heißt, ist am ehesten zu vereinbaren.